Der Zeuge ist außerhalb unserer Reichweite. Jeder Versuch, ihm zu folgen, ist gescheitert. Doch es gibt Hoffnung. Auf Neptun erfuhren wir, dass der Schlüssel zum Sieg über den Zeugen auf Titan versteckt ist. Deshalb hat die Flotte des Zeugen bei ihrer ersten Ankunft dort Halt gemacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017